absolute gegensätze rené caselli in der manege ein star ein strahlemann und backstage man muss immer genau wissen wo man herkommt was man vorher hatte und mir macht das alles sehr spaß mir auch das spaß die andere zu machen also ein artist in der siebten generation ich bin mit den tieren groß geworden sowie mogel im dschungelbuch elephant boy rené konnte seinen kindheitstraum wahrmachen das neue zuhause von familie caselli zeigt er stolz auf youtube jetzt haben wir uns ein riesen grundstück gekauft in ungarn mit 180.000 quadratmeter fläche für die tiere dass die halt da riesen auslauf haben und haben so eine auffangstation für in rente gehende zirkustiere und das sind wirklich auch für mich familienmitglieder also wie wie meine geschwister wirklich und ich könnte mir auch ein leben ohne meine tiere gar nicht vorstellen beim weltweihnachts zirkus gibt es diesmal neue herausforderungen und hier denn nicht nur die pferde sondern auch tanzpartnerin katrin menziger gehört zur zirkus familie also let's dance in der manege so ich bin mal gespannt wie heute dein super geworden ist gestern seine lasagne war ja phänomenal bisschen crunchy aber gut und hat nicht viel zeit den ganzen tag am üben seine schwester mary lou kümmert sich in ihrem wohnmobil um das mittagessen also natürlich erst wenn rené die pferde gefüttert hat bekommen er und katrin ein leckeres süppchen von der großen schwester kennst du den gag wenn kein besteck da ist kosten sie mal die suppe ja wie denn hier ist kein löffel genau mary lou kümmert sich auch kurz vor der generalprobe um den kleinen bruder der hier auch beim tanzen überraschend gut aussieht also ich bin sehr sehr erstaunt muss ich ganz ehrlich sagen weil als wir als kinder zusammen aufgewachsen sind mein bruder hat ja nie getanzt ich war immer halt mehr die die getanzt hat mein bruder niemals auch auf partys er stand dann eher in der ecke mit ein glas wasser und als ich dann gesehen habe was katrin so aus ihnen rausgebracht hat war ich schon ziemlich erstaunt und dass er jetzt hier als tänzer engagiert wurde im weltweihnachts zirkus das ist schon ja ich bin schon sehr stolz auf meinen kleinen bruder trotz renés zirkus routine das adrenalin steigt vor jeder show und noch aufregender als das tanzen ist die akrobatik auf dem pferd denn bei der spektakulärsten nummer ist die ganze familie gefordert typisch rené tierliebe leidenschaft und ehrgeiz ich bin ein typ wenn ich irgendwas mache will ich immer was außergewöhnliches zeigen irgendwas was bringen was es noch nie gab zuvor in der welt die weltpremiere in stuttgart unten max und bob auf ihn ein paar d'etroir wenn du im zirkus groß wirst und da dann seit klein auf irgendwie vom publikum performst und dann du applaus kriegst das ist irgendwie so ein balsam für die seele das größte geschenk dass du so als als künstler bekommen kannst und dann willst auch irgendwie nichts anderes mehr machen und wenn man dann noch tausende von menschen lächeln ins gesicht zaubern kann dann hast du eigentlich alles erreicht bis zum 8 januar will rené caselli das publikum in stuttgart verzaubern